Willkommen zurück bei Metro 2033 Redux. Was ist das hier? Ein Schleichweg. Ich habe zufällig gesehen, dass man sogar eine Trophy kriegen kann, wenn man alle tötet. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt bekommen habe. Vielleicht gibt es hier aber noch den einen oder anderen. Noch mal gucken, ob man irgendwie noch runterkommt. War ja noch eine zweite Ebene. Ah, nicht ins Feuer. So, gehen wir noch mal die Treppe hier runter. Oh, da haben wir noch Zeug. So. Was war das? Wieso sind das unterschiedlich? Oder ist das nur ein Grafikfehler? Ich will jetzt auf jeden Fall mal die AK ausprobieren. Auch wenn ich dadurch mein cooles Nachtvisier verliere. Aber das können wir bestimmt auch die aufrüsten später. Ist auch noch Money? So. Komm ich hier irgendwie runter. Irgendwie will ich da runter. Ist auch noch Zeit. Gut, dass ich hier noch mal nachgucke. Naja komm. Dann lassen wir das. Obwohl ich ja gern die Trophy hätte. Jetzt wo ich sie eh alle schon gekillt habe. Okay, vielleicht komm ich aber auch hier innen runter. Aber wenn ich unten reingehe, muss ich auch irgendwie wieder hochkommen, ne? Das macht Sinn, oder? Was ist denn das hier für'n Kack? Ich höre Musik. Ich höre Musik. Das stimmt schon. bougaja Ja komm her! Komm da Komm da Komm da Oh da kommt noch mehr Ah, Granaten hab ich. Oh, er steht da direkt. Bam! Oh shit, ich glaub die haben Geschütz. Boah, ich dachte das wären schon alle da, sind aber noch ganz viele. Stop, der ist auch noch mal runter gegangen. Aber ja, ich hab das Gefühl, die AK ist ein bisschen besser. Das Licht erst mal raus machen. So. Okay, komm, komm wieder raus aus deinem Versteck. Bam! Die lädt doch viel schneller nach als die andere. Äh, bitte was? Ich höre einen rechts neben mir. Da war ich's doch. Okay, nehmen wir doch mal. Wieso geht das nicht? Jetzt geht das. Die Dinger? Schade, ich dachte, das Feuer fällt wieder runter. Was ist das denn? Deckenfeuer. Ah, jetzt hab ich die Trophäe gekriegt. Haha. Falls das die war, ich glaube aber nicht. Wahrscheinlich nur, dass ich so und so viele Leute getötet hab. Aua, hat er mich voll erwischt. Ich seh doch gar nichts durch mein Visier. So, den hab ich gekriegt. Ich will da ein bisschen Muni holen. Ah, da ist auf jeden Fall noch einer. Zack. Ja, die AK ist viel besser. Die schon viele Ehren nehmen sollen. Was ist das jetzt? So, wo müssen wir lang? Oben lang. Weiter auf den Gleisen. Okay, das ist wieder so eine Autoschrotz, glaube ich. Ah, hier liegt immer so viel Zeug rum. Was man so leicht übersehen kann. Okay. Ja, da scheint's weiter zu gehen. Dann gehen wir nochmal runter. Das scheint wieder der Lautsprecher zu sein. Wo geht's denn da lang? Oh, das gucken wir uns doch mal an. Äh, L1. Hier war das Licht. Okay. Äh, wie wechselt ihr das jetzt wieder? Ach, hier könnte man drüber schleichen. Okay. Ja, aber schleichen machen wir ja nicht, ne? Nee, nee, schleichen machen wir nicht. Ja, nur mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden können. Ah, da ist doch was drin. Ach, ich kann nur eins nehmen. Schade. Okay, da geht's wieder runter. Damit hätte man das umgangen. Oh, was hattet ihr denn für ein Visier drauf hier? Oh, das ist gar nicht verkehrt. Das behalten wir mal. So, gibt's da sonst noch was? Da geht's wieder hoch. Gucken, was hier drin noch so ist. Und ich hab natürlich mal wieder vergessen, meine Uhr anzumachen. Muss ich gleich abschätzen, wie lang die Folge ist. Ah, hier ist irgendwo ein Safe. Sehr gut. Den Griff haben wir schon mal. Ich denke, der Safe ist einfacher zu finden. Okay. Oh Gott, hier kann ich keine Rucksäcke mitnehmen. Frischheit. Da ist der Safe, sehr gut. Ja, mit dem Zeig. 150 Patronen. Moon. So. Hier nochmal gucken. Aber hier scheint nix mehr zu sein, ne? Okay, ich glaube, das war's. Ja. Gehen wir mal weiter. Kann ich hier noch was aufsuchen? Nein, es war nur die Waffe. Okay, da kommen bestimmt noch welche. Ich sollte mal die Lampe ausmachen. Okay, ich glaube, das Feuer kann ich nicht irgendwie ausmachen, ne? Vermutlich nicht. Vielleicht kommt da von links jetzt keiner an. Okay, hier ist nix mehr. Ah, vielleicht war's das doch. Hallo? Ah, das hat zumindest keinen gestört, wie mir scheint. Ähm, wie kann ich nochmal... So kann ich zerstören. Okay, die kann man aber nicht kaputt machen. Oh, hallo? Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas Ekliges gehört. Aber scheinbar nicht. So, hier muss noch ein Zeug rumliegen. Hallo? Jetzt hab ich was gehört. Was ist hier los? Hier liegt noch was. Was zum Lesen. So, schnell gelesen. Okay, weiter geht's. Ja, aber habe ich jetzt eigentlich alle getötet oder nicht? Müsste ich nachher mal bei der Trophy gucken. Weil die hätte ich schon gerne gehabt. Ich meine, da hatte ich ja schon alle getötet. So, mehr oder weniger. Und es hat ja auch viel Mühe gekostet. Da hätte ich gerne die Trophy noch mitgenommen. Ui. Alter. Sieht der gruselig aus. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Okay, bin ich jetzt mal wieder Gefangener. Lassen sollten wir zirken. Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Alter, ich habe die roten alle getötet. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis Sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Autsch. Gutes Argument. Also gut, oh roter Abschaum. Bitte zu deinem Mann. Das ist doch Kahn, oder? Oh, nee, ist mehrere. Okay. Jetzt schießt du mal langsam ab? Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnelltöne empfangen. Wow. Kann ich auch. Kein Problem. Der hatte mich nur überrascht. Dann hätte ich das auch so gemacht. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Erstmal ein bisschen Wodka. Du bist mir etwas schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunter's Zeichen. An den Miller erinnere ich mich auch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der aus dem ersten oder aus dem zweiten Buch war. Hatte ich auch sein, dass ich das alles durcheinander bringe. Ja, mach mal langsam, ne? Mal gucken, was hier so rumliegt. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Räsine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Was ist mit dem Auftrag? Männer, gib dir einen Augen, wenn du neue Garten vom Haus abbringst. Ich mach den Auftrag an eine. Wir treffen uns in der schwarzen Festland. Ja, mach dir mal. Ich werde hier erstmal ein bisschen was abkassieren. War das nach 80 Geräte, aber ich habe hier eins. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Ich vergesse immer, dass ich so Zeug habe. Was haben wir denn hier noch? Also wenn ich hier rein kann, dann gibt es ja noch was. Aber da ist Wasser. Ähm. Bis wohin geht das Wasser? Schau mal nicht bis hier, okay. Ah, ne, mach das mit. Okay, die Maske nicht. Wilder will er nicht. Ah, so eine gebrauchte Maske. Nehme ich auch nicht. Okay, aber kann man den Strom hier irgendwo abstellen? Um dann noch irgendwie... ...mehr zu kriegen? Was haben wir hier? Messer? Ne. Ja, auch, aber die kann man nicht nehmen. Aber vor allen Dingen ein Filter. Was sagt denn hier überhaupt das Ding? Zwölf Minuten, genau. Das ist ja einiges, ne? Hier ist doch Strom, oder? Ah, das war doch die Lampe. Schau mal aus. Ne, da kann man auch nichts machen. Da ist noch Strom. Kann man auch nichts machen. Ja, wahrscheinlich geht das dann einfach nicht. Muss man halt nur vorsichtig da zu diesem Kasten laufen. Okay, muss ich weiter da lang, ja. Bin ich nicht von da gekommen? Mal platz hier. Oh, ein Schwarm. Damit ich hier den Bauch krollen kann. Nö, ich glaube, von hier bin ich nicht gekommen. Servus, Leute. Du solltest das Geschütz bemahnen. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Also, Leute, viel Glück. Mit dem Spitzenende auf die Leute zeigen und diesen Hebel drücken. Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen Sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Also, schießen kann ich gerade nicht. Ich habe es schon versucht. Ich habe dich jetzt gehoopt. Mach auf jetzt! Ich habe dich jetzt genau im Visier. Mach keinen Scheiß. Ihr Faschisten. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Mohnen liefern. Ich muss gleich fies. Sie haben Ihre Mohnlieferung bereits bekommen. Wer sind Sie? Heben Sie E-Bisierer. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! Ja! Ja! Von hinten! So schnell kann ich mich nicht drehen! Oh! Alter! Ich weiß gar nicht, ob der eine da tot ist. Ja, ist er. Alles klar. Von da kommt es bestimmt wieder einer. Ja, naja, klar. Bam! Äh, dein links oder mein links? Dein links. Ah! Bam! Haben es geschafft. Mein zu linken. Mein zu linken. Wo denn? Ah! Ich soll einfach mit dem Ding zu treffen, ne? Einfach mal reinhalten. Das ist oftmals so, dass ich nicht überhitze. Ich hab das Gefühl, gleich sind wir tot. Ah, 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 ah. Ich glaub, ich treff den gar nicht, aber ich seh auch nicht, wo der ist. Ah, da kommen wir mal mehr. Okay. Dann wird mein Rohr heiß. If you know what I mean. Alter, kannst du mal weiterfahren jetzt? Ey, ich schwör. Wir sind gleich tot, Mann. Kann ich mich hier heilen? Ich muss nicht mal wissen, wo ich auf den draufschießen muss. Ich kann nix erkennen. Okay. Das war schon mal richtig. So, schön das Ding abkühlen lassen. Okay. Ja, hinter uns, vor uns. Sag mir was. Oh, hinter uns. Ja, ich hab's fliegen gesehen. Ich glaub, der Motor ist nicht mehr so ganz in Takt. Ja, und du? Diese Hupe. Ja, was denn jetzt? Keine aus. Oh, shit. Wo sind die denn? Ah, das ist so unfair. Ich weiß, wo die sind. Ich seh überhaupt nix. Ja, ist super. Man sieht nix. In wenigstens weiß ich jetzt, dass sie von da kommen. Okay, es sind die Lämpchen immer, ne? Immer auf die Lämpchen schießen. Und ich bin gleich wieder tot. Irgendwas mach ich falsch. Ah, wie ich sowas hasse, wenn man einfach nur nicht weiß, was man machen soll. Ah, ha? Okay, ich probier jetzt mal ein bisschen was aus. Das schadet es aber auch nicht zu machen, ne. Okay. Und da sind wir schon wieder hin. Ja, das wird es noch ein paar Mal so weitergehen. Bis ich hier den Trick aus hab. Guck mal, die laufen da alle rein. Hilft mir aber auch nicht weiter. Und ich bin mal wieder tot. Das ist doch ein Kacklevel. Ah, so kann ich das fixieren. Okay. Ja, Leute. Ja, es sind so viele. So schnell krieg ich die nicht getötet. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Ja, jetzt bin ich gleich wieder tot. Ja, super. Ich kann mal die Hälfte vom Weg geschafft. Ja, solche Stellen mag ich nicht. Das ist einfach nur unnötig. Wo ich rotz mit dem Riesen-MG auf die Leute drauf. Und es dauert trotzdem irgendwie 10 Sekunden. Jetzt bin ich gleich über den Hitz. Jetzt sehe ich nichts mehr. Komm, komm, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Wir haben es gleich geschafft. Komm schon. Jawoll. Mach den Scheiß. Na, hab ich schon gesehen. Ey. Okay, der ist auch kaputt. Haben wir es jetzt endlich geschafft. Waren die Einschusslöcher da eigentlich eben auch schon oder sind die jetzt erst aufgetaucht? Fände ich ja cool, wenn die jetzt erst aufgetaucht wären. So, hier ist Ende, würde ich sagen. Immer ruhig bleiben. Vielleicht liegt ja noch was. Da kommt eh keiner. Lass mal Licht anmachen. So, haben wir hier ein Regal oder irgendwas? Nein. Was liegt hier? Ach, diese Kügelchen. Kügelchen-Muni. Da geht es scheinbar weiter. Oder geht es hier weiter? Da geht es weiter. Dann gehen wir doch da mal rein. Oh. Das sieht doch vielversprechend aus. Ein Tresor. Und direkt daneben der Hebel. So mag ich das. Jawohl, das ist aber ein bisschen Kohle hier. Können wir nachher mal einkaufen gehen, ne? Ist das irgendwelche Muni, die voll ist? Sehr schön. Noch mehr volle Muni. Oh, Messerchen. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Hüpp. Okay. Jetzt haben wir Licht. Bist du irgendwas besonders, dass du hier so liegst? Ich glaube, die Waffe kenne ich nicht, oder? Lumpe... Äh, Lumpe. Pumpe deine Luftdruckwaffen auf. Halte L1 gedrückt und das... Ach, das ist das. Okay. Wo sehe ich den Druck da? Oh. Das war ein bisschen viel, glaube ich. Ah, die ist cool. Das ist so eine, ähm, äh, hier. Lautlose, ne? So. Was opfere ich denn dafür? Meine Pistole? Ja. Die AK ist eigentlich ganz gut. Können wir die Pistole auffangen. Okay, aber die nehmen wir jetzt noch nicht. Äh, der Druck geht mit der Zeit auch runter, ne? Okay, wir bleiben auf der AK und nehmen die nur, wenn wir sie brauchen. Das sieht mir aber hier so aus. Also, ich muss die Maske anziehen. So, was haben wir hier noch? Hm, nichts mehr auffüllen. Apropos zu... Ach, komm, scheiß drauf. Ich wollte jetzt die Moni nochmal voll machen, aber... Die zwei Schuss... ...halten wir uns gar nicht mehr auf. So, du bist Freund, ne? Ja. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wie denn einmal? Lack ich falsch. Was da? Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Vorsicht, Duggen! Verdammt! Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, duggen oder schießen! Ja. Zwei Sachen gleichzeitig ist nie gut. Unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unheimlich, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfahrt. Nur für eine Stiefel, die wir grüßen. Das ist ja hier wie bei Hugo, kennt ihr das? Wo man früher angerufen hat und dann, ähm, mit dem Telefon gespielt hat. Gab es auch so ein Level. Nicht. Hier muss jemand sein. Schönen wir nicht. Aua! Ach, das ist noch mehr. Zack! Oh shit! Ich bin gleich tot. Stimmt, ich kann mich auch halten. Hab ich ganz vergessen. Ja, frisst das noch. Aua! Warn mich doch. Warn mich doch. Gott sei Dank, dass sie keinen Wagen haben. Sonst hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt. Ah, lass mich raten. Die haben Wagen. Ich kann mich ja immer wieder neu aufladen. Das ist ja cool. Oh! Ich schieße in vorne. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh! Oh! Witzig gemacht, das Level. Wie, wie, ähm, Freizeitpark. So ne, erste Achterbahnfahrt. Das ist der Bau. Ich habe so viel davon gehört, so sieht es also aus. Oh, das ist gruselig. Hast du das gesehen, Jungs? Das gefällt mir nicht. Hatsch! Hatsch! Wo denn? Oh da! Das ist gruselig. Das ist gruselig. Halt dich! Halt dich! Halt dich! Danach! Schieß! Halt dich! Oh, das sind viel zu viele, ey! Ja! Scheiße! Heil dich! Oh, fuck! Ah, ich glaube das gehört wieder zum Spiel. Ich hoffe es. Ich kann gerade nichts machen. Und tschüss! Ja, ich glaube das gehört wieder zum Spiel. Oh ja! Oh ja... Oh ja... Oh ja... Oh ja... Oh ja... Okay, ja, ich glaub das war's für heute. Ja, speichert auch, sehr schön, perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.